Frau Preidel, in ein paar Tagen wird die Landessynode hier in dieser Dreieinigkeitskirche ihren Eröffnungsgottesdienst feiern. Danach wird vier Tage beraten und entschieden, was genau wird die Landessynode eigentlich beschließen? Es ist die erste Tagung nach der Konstituierung der Synode in Bayreuth. Das heißt, wir müssen uns über unsere Strategien für die nächsten sechs Jahre Gedanken machen. Wir werden zwei gemischte Ausschüsse bilden, einen mehr theologisch, einen mehr strukturell orientiert. Und dann werden wir über das Haushaltsgesetz beschließen. Dazu liegt uns auch ein Strategiepapier vor, das sich mit den nächsten sechs Jahren, also im Blick auf die Zukunft, beschäftigt. Die Synode ist diesmal zu Gast in Regensburg. Herr Dekan Herrmann, wie hat sich Regensburg vorbereitet auf die Ankunft der 118-Synodalen? Zunächst freuen wir uns, dass nach 19 Jahren die Synode wieder da ist. Wir haben versucht, möglichst viele Player einzubeziehen, wie man heute so schön sagt. Vor allem auch die Stadtspitze. Man merkt deutlich, dass sich der Oberbürgermeister und die Verantwortlichen der Stadt darauf freuen, dass die Synode nach Regensburg kommt. Wir haben einige Begegnungen organisiert, bei denen die Synodalen erleben können, wo im Donaudekanat Schwerpunkte gesetzt werden, in der Diakonie, in der evangelischen Jugendsozialarbeit, dazu Kirchenführungen, um uns so freundlich wie möglich zu präsentieren.